Meine Beziehung zu Alison Ashmore dauerte ganze sechs Stunden. Die zwei Stunden nach der Schule, bevor Rockford im Fernsehen kamen, drei Tage hintereinander. Und am vierten Nachmittag Kevin Bannister. Flittchen. Ich möchte eine Platte für meine Tochter. I just call to say I love you. Kennen Sie überhaupt Ihre Tochter? Die steht niemals auf diesem Song. Oh, oder liegt sie im Koma? John Cusack in einer Versilmung des internationalen Bestsellers High Fidelity. Und am vierten Nachmittag.